Im Fokus der diesjährigen IAA-Nutzfahrzeuge in Hannover stehen die gleichen Trendthemen, die auch die Pkw-Branche umtreiben. Autonomes Fahren, Elektromobilität und Connectivity. Hersteller wie Daimler oder Volkswagen setzen bei ihren neuesten Nutzfahrzeugmodellen vor allem auf nachhaltige Alternativen zum Verbrennungsmotor. So könnte im Schwerlastverkehr die Brennstoffzelle ein Technologieträger der Zukunft sein. Zulieferer wie Bosch oder ZF hingegen setzen in Hannover ihre Schwerpunkte auf Innovationen zur autonomen Logistik auf der letzten Meile oder cloudbasierte Telematikplattformen. Die IAA 2018 zeigt, vieles was vor Jahren nur als vages Konzept bestand, bringt die Nutzfahrzeugbranche nun endlich in Serie.